Willkommen zur ersten von drei Kritiken, die es diese Woche geben wird. Und zur ersten Kritik, die die Leute von allen dreien am wenigsten sehen wollten. Und zwar Hotel Transylvanien 2. Der Grund ist ein organisatorischer, warum es die Kritik zuerst gibt. Es ist ein Familienfilm, das heißt, das Teil hat die meisten Screenings in meinem lokalen Kino. Crimson Peak, erstaunlicherweise haben sie auch, allerdings nur in einem Limited Release. Der läuft erst um 8 Uhr abends, was habe ich schon lange nicht mehr erlebt, dass die den Film zwar haben, aber erst praktisch 8 Uhr abends und dann auch nur ein Screening am Tag. Das ist selten für mein lokales Kino, aber ich bin natürlich trotzdem froh, dass ich nicht in die Stadt düsen muss. Black Mass hingegen gibt es dann eben nur im lokalen Kino. Die gibt es dann halt so am Sonntag ungefähr, die Kritik. Wie gesagt, es ist halt davon immer abhängig. Nicht unbedingt von jetzt meiner persönlichen Präferenz oder welche Präferenzen auch andere Leute haben mögen. Es ist halt eine organisatorische Frage. Insofern müssen sich die Leute jetzt zuerst begnügen mit Hotel Transylvanien 2. Leute, denke ich, wissen, warum ich Hotel Transylvanien 1 mochte. Wenn nicht, sage ich es ihnen gleich. Aber grundsätzlich wird es zu unserer jährlichen, obwohl wir die eigentlich dieses Jahr schon hatten, aber es wird trotzdem zu der wahrscheinlich grundsätzlich jährlichen, nehme ich mal an jetzt in Zukunft, Adam Sandler Grundsatzdiskussion. Denn was für ein anderer Hauptgrund könnte es denn sein, warum viele Leute sicherlich bis zu einem gewissen Grad zurecht, vor allem über See in den US und A, darüber gemotzt haben. Scheiß Adam Sandler Vehikel, das da mal wieder durch den Matsch gezogen wird und Leuten als goldenes Kalt präsentiert wird. Und Kritiker haben das Teil natürlich sowieso zum Mund geschossen, weil es Adam Sandler involviert in verschiedensten Positionen. Und ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt. Bevor ich jetzt auf den Film zu sprechen komme, das nicht sonderlich inhaltsreich wird, das kann ich Leuten auch schon sagen, der Film war okay, er war nicht so gut wie der erste. Er hat wieder diesen schönen emotionalen Kern, was ich toll finde. Und es ist wieder für alle was mit dabei, für die Erwachsenen, für die Kinder, ein bisschen schwachsinniger Humor, ein bisschen, wie gesagt, so emotional getriebener Humor. War alles vollkommen okay. Letzten Endes, es ist ein Film, der halt jetzt zu Oktober hin abgefeuert wird, wegen Halloween und okay, Vampire, whatever. Das möchte ich halt Leuten nur so grundsätzlich mitgeben. Aber es ist ein Film, der von seiner ganzen Story her und den Konflikten bzw. der Konfliktgröße nicht wirklich verdient hätte, im Kino zu laufen. Bin ich ganz ehrlich. Das ist eigentlich ein Direct-to-DVD- und Blu-Ray-Ding. Ich würde es Leuten nicht unbedingt empfehlen, im Kino anzugucken. Das ist so die ganz grobe Kurzfassung, die Leute sicherlich haben wollen, weil ich werde jetzt in viele so kleine Abteilungen abdriften in dieser Kritik, weil ich sonst nicht großartig was über den Film zu sagen habe. Also ich denke, grundsätzlich ist zu klären, damit Leute das wissen. Wenn sie jetzt diesen Film doch anschauen, weil der Film war okay, er war nett. Und wenn Leuten der erste Teil gefallen hat, glaube ich, gefällt ihnen auch der Teil. Also wie gesagt, mir hat er gefallen. Ich werde ihn wahrscheinlich in meine Sammlung übernehmen. Aber ich denke, für Leute ist es wichtig zu wissen, inwiefern, wenn sie jetzt in diesen Film reingehen, weil Leute Adam Sandler so sehr hassen und ich tue es eigentlich auch, wie sehr unterstützen sie Adam Sandler damit, ich denke. Das ist ganz wichtig. Viele Leute über sie beschwerten sich halt eben darüber, okay, Adam Sandler und seine fehlgeschlagenen SNL-Freunde, die er immer mitzieht, liefern die Stimmen für diese Figuren. Und das ist furchtbar. Das ist eine furchtbare Tatsache. Aber nichts, über das ich mich jetzt als deutschsprachiger Konsument aufregen müsste, denn ich gucke mir das im deutschen Auton an, der mal wieder super ist und da muss ich mir keine Gedanken drüber machen, weil das komplett andere Sprecher sind. Es ist, glaube ich, nur nicht mal der Sprecher, der normalerweise Adam Sandler ist. Weil der Sprecher, der normalerweise Adam Sandler spricht, ich glaube, das ist der, der auch Sam Rockwell spricht, wenn ich mich nicht irre. Und das ist ein komplett anderer. Also, wie gesagt, whatever. Das kann mir jetzt ziemlich am Arsch vorbeigehen. Aber, oh boy, verstehe ich das, wenn die Amis sich darüber aufregen. Weil genauso haben sie sich vollkommen zurecht aufgeregt über die total zugemüßelte Bane-Stimme im Batman The Dark Knight Races Original-Film. Es ist absurd, wie furchtbar das ist im Auton, die Bane-Stimme. Und da haben sich Leute auch vollkommen zurecht aufgeregt drüber. Mir ist es einfach egal, weil ich gucke mir das deutsche Produkt an. Aber, was wichtig ist, ist natürlich wieder die Seite der Produzenten an diesem Film. Äh, woher kommt der Film eigentlich? Wer hat den eigentlich gemacht? Ähm, erstmal möchte man meinen, nicht unbedingt Adam Sandler. Weil Adam Sandlers Produktionsfirma, wie Leute wissen, die jetzt eben auch Pixels verbrochen hatten, das ist Happy Madison. Das ist kein Happy Madison Film. Das ist ein Sony, gut, über Columbia Pictures, was auch immer. Columbia Pictures ist praktisch Sony. Ich weiß gar nicht, wofür sie diese Firma überhaupt noch betreiben. Äh, sie könnten auch einfach Sony am Anfang hinklatschen. Ja gut, was sie ja auch getan haben, dann Sony und dann Columbia Pictures. A Sony Company. Und ich denke mir, ja, Sony, okay, ich hab's kapiert. Ähm, sowas werde ich nie verstehen, aber was auch immer. Weißt du, weil wenn du, wenn du so ein Logo siehst, wie jetzt beispielsweise Miramax oder so, dann weißt du nicht, dass das Disney ist. Für Leute, die das nicht wussten, Miramax ist Disney. Oder soweit ich das noch in Erinnerung hab. Oder Buena Vista ist Disney. Äh, deren, ähm, Home-Video-Distributionsfirma. Aber hier einfach, Columbia Pictures, a Sony Company. Wie gesagt, egal. Grundsätzlich möchte man da meinen, okay, es ist ein Sony-Film und sie haben sich halt Adam Sandler geholt. Whatever. Jetzt müsste man aber wissen, äh, dass auch Happy Madison Sony gehört. Ganz, ganz wichtig. Ähm, gut, und soweit ich weiß, glaube ich, gehört Sony auch irgendwie mit Coca-Cola zusammen. Das, da müsste ich nochmal nachlesen. Ähm, fast kein Product Placement trotzdem, wofür Adam Sandler berüchtigt ist in dem Film. Das fand ich, äh, beeindruckend dann fast schon wieder. Ähm, aber, weil sie da zum Teil so Bonbons in den Händen halten und so. Da hätte man ja Product Placement bis zum Arsch reinpflastern können. Aber, wie gesagt, sowas typisches, typisch Adam Sandlerisches erwartet uns da eben nicht. Inwiefern das jetzt damit zu tun hat, dass Happy Madison nicht involviert ist, sondern hauptsächlich Sony das überwacht, weiß ich nicht. Denn, trotz alledem, einer der Executive Producers, ähm, einer der zwei Executive Producers ist Adam Sandler persönlich. Also ja, wenn Leute diesen Film unterstützen, dann unterstützen sie auch direkt Adam Sandler. In diesem Fall kommen wir nicht vorbei. Und, äh, wie, wie ist dieser andere Typ, äh, ich glaube, ich, 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 ich schaue es jetzt nicht extra. Ich glaube, John Smeagol oder so. Ähm, der war auch, ähm, glaube ich, so mitverantwortlicher zum Teil für SNL, also Saturday Night Live, äh, worüber ja, äh, Adam Sandler so seine Karriere starten konnte. Und wo er auch so all seine, äh, fehlgeschlagenen Freunde immer mitzieht und da Boni austeilt zwischen. Und das ist, es ist das übliche Adam Sandler-Spiel auf produktionstechnischer Seite. Also Leute müssen das für sich selber wissen, ob sie sowas unterstützen wollen oder nicht. Äh, der Film an sich. Wie gesagt, für mich war alles mit dabei. Wie gesagt, es war dieser schöne emotionale Kern mit dabei. Äh, es waren erwachsene Witze mit dabei. Es war ein paar dumme Witze mit dabei. Oh Mann, waren da zum Teil dumme Witze mit dabei, über die dann, keine Ahnung, irgendwie die Kinder lachen können oder was auch immer. Es war aber alles mit dabei. Es war wirklich vollkommen in Ordnung an sich. Das Problem ist, äh, ich sag, also ich geb dem Film eine 6 von 10 Punkten. Ich fand, der war echt okay. Er war spaßig. Er hat so alles gehabt, was so ein, äh, Family Entertainment Movie braucht in der heutigen Zeit. Äh, so für, für alle was. Aber ich denke, wichtig ist, warum für mich der erste Film besser funktioniert hat. Oder warum ich überhaupt diese Filme mag. Äh, denn interessanterweise auch mochten viele Leute den ersten Teil. Der hat sich auf einer soliden 7,1, obwohl Kritiker den vernichtet haben, den Film, hat der sich auf einer soliden 7,1 gehalten, der erste Film. Was ich super finde. Weil, ich sag, mir hat er auch toll gefallen. Aber der erste Film hatte einfach einen griffigeren Konflikt. Vater, Tochter, Tochter, äh, wurde ferngehalten von der Welt. Entdeckt jetzt praktisch die große Stadt da draußen. Vater hat Angst, möchte sie wieder einsperren. Also, jetzt im übertriebenen Sinne. Äh, möchte sie fernhalten von eben diesen Jungen, in den sie sich verliebt. Ähm, da dann natürlich Anspielungen auf viele Romanzen, Flicks und so. Ist schon klar. Ja, äh, wie gesagt, es war einfach, es war einfach solider. Weil praktisch der Vater muss dann mit seinem, seine eigenen Probleme überkommen, wie er damals seine Frau verloren hat. Weißt du, das war so richtig ein, richtig heftiger, emotionaler Kern, den man da ausspielen konnte. Der Film hat das nicht. Ähm, der Film ist einfach, es ist ein typisches Sequel. Oder, na, eigentlich kein typisches Sequel. Denn ein typisches Sequel wäre, wir bringen das gleiche nochmal wie der erste Teil. Und das tut der Film nicht. Aber er bringt etwas, das einfach nicht so stark ist. Praktisch, okay, jetzt praktisch Tochter kriegt Kind. Ähm, Kind, praktisch der, der Onkel Dracula will dann, dass er praktisch ein Vampir ist und will ihm dann ein Fliegen beibringen, was sonst. Und er will halt nicht akzeptieren, das Kind ist kein Vampir. Ähm, der will halt, er will halt das aus dem Kind machen, worin er eventuell doch versagte, es entweder, wie gesagt, eben in seiner, in seiner Tochter recht zu machen. Oder eventuell sind es dann auch noch was, so ein bisschen dann angedeutet wird gegen Ende. Das praktisch, das ist immer noch, was sein Vater ihm eingebläut hat und inwiefern er es ihm nicht recht machen konnte. Ähm, das kommt, wie gesagt, das ist dieser auch schöne emotionale Kern. Das ist super. Aber das ist nicht genug für einen 90-Minuten-Film. Finde ich persönlich. Das ist einfach, das ist gut für Home-Video, weil es so ein DVD und Blu-Ray-Abend und hey, jetzt gucken wir uns mal, ähm, Hotel Transylvanian 1 und 2 an. Das ist, das ist okay. Aber das ist nicht, nicht genug für einen Feature-Film, finde ich. Also es ist nur meine Meinung. Das ist einfach zu wenig. Weil vor allem gegen Ende merkst du dann, wie krass der Film langgezogen ist. Weil du hast dann, okay, dann kommt praktisch Opa Dracula, ähm, der, noch so ein alter Grufti in irgendeiner, in irgendeiner abgelegenen Höhle in den Bergen ist. Und da seine, äh, Mutanten-Fledermauts-Schar nur als Gesellschaft zu sich hat, äh, die alle Menschen killen wollen. Und wie gesagt, das sind halt alte Gruftis. Und dann kommt er auf die Party, muss dann auch feststellen, oh mein Gott, äh, hier sind lauter Menschen. Was ist das? Mein Sohn ist ein Loser, der jetzt halt, äh, Menschen hofiert in Sachen diesem Hotelier, das er betreibt. Äh, oder dieser Hotellerie, besser gesagt, was auch immer. Ähm, das macht ihn halt fertig. Und dann wird er so zeitweise zum Antagonisten. Und Dracula findet dann, äh, wieder zu seinen Wurzeln zurück. Und möchte das Kind beschützen. Und dann am Ende entdeckt sogar der Opa Dracula dann, äh, seine herzige Seite und findet zu den Menschen zurück. Und wie das doch toll ist, jetzt mit diesen Menschen zusammen zu sein. Und das hat überhaupt nichts mehr mit irgendwas zu tun. Ähm, und hat, wie gesagt, so eine total coole Message in Sachen, oh, Monster, Menschen können jetzt doch irgendwie zusammen sein. Blah. Ähm, das, also, der Film fliegt komplett auseinander, gegen Ende hin, von der Story her. Ähm, und das, äh, erneut, es ist einfach nicht genug Konflikt, es ist nicht genug Material, mit dem man arbeiten kann. Aber wie gesagt, was für mich funktioniert, sind zwei Sachen, deswegen auch der erste Film funktioniert. Und zwar die Animationen. Die Animationen sind einfach der Hammer. Weil, weil du, es ist, es ist praktisch etwa eine Form von Animationen, die ich so heute nicht mehr zu sehen bekomme, von 3D-Animationsfilmen. Und die meisten Filme gehen so den Weg der schön animierten Ästhetik, wie es Disney-Pixar vormachen. Das ist ja auch okay. Das ist ja auch vollkommen okay. Da gibt's noch nix dran auszusetzen. Aber was mir fehlt, sind so diese, diese wirklich, diese, diese flitzigen, diese, diese schnellen, diese, diese punktgenauen, diese total, fast schon grotesken Warner Brothers Animationen. Und, ähm, mit Bugs Bunny und, ähm, Alma Fad und so weiter und so fort. Weißt du, das war noch, das war noch so die alte Animationsschule. Und ich hab das Gefühl, heute meinen Studios irgendwie, Kinder sind irgendwie zu, zu, zu blöd. Oder, um, um, um all diese Informationen schnell genug aufnehmen zu können. Aber was eigentlich, das, das, das typisch, das typische Bild von Hollywood dann eigentlich wieder konterkariert. Weil, weil Hollywood hält ja eh eigentlich alle Kinder in der heutigen Zeit für Flitzpiepen, die nur von ADHS ins Kino getrieben werden. Also wäre das doch eigentlich genau das Richtige dann. Wirklich viele Jokes. Wirklich eine tolle, praktisch Jokes-per-Minute-Ratio zu haben. Das wäre doch dann eigentlich genau das Richtige. Stattdessen versucht man immer, Disney und Pixar nachzueifern. Und ich hab gesagt, das ist der Grund, warum mir Hotel Transylvania in 1 und 2 gefällt. Weil es wirklich diese, diese alten, diesen alten Warner Brothers Stil hat. Wie gesagt, der Film weiß, dass er animiert ist. Und er weiß, was für ein crazy Shit er damit alles abfeuern kann. Und das ist cool. Das ist richtig cool und das ist super. Das ist ein Bonuspunkt. Den der Film definitiv für sich verbuchen kann. Er weiß einfach, was er ist und er nutzt es zu seinen vollen Möglichkeiten aus. Das ist klasse. Aber wie gesagt, das hat mir grundsätzlich gefallen. Aber auch diese bitterbösen, dieser fast schon schwarze Humor, wo wir dann den Unsichtbaren haben, der nur mit per Brille dargestellt wird. Und die ganze Zeit seine Kuppels versucht zu überzeugen, dass er hier eine Freundin hat, die ist nur ein bisschen schweigsam. Aber sie ist ja unsichtbar. Versteht ihr? Nein, ich habe hier schon eine Freundin, aber sie ist unsichtbar. Und das fand ich, wow. Das ist so scheiß deprimierend. Und davon lebt aber Witz. Witz ist nun mal eine Abwehrbewegung gegen Schmerz. Und damit Witz gut funktioniert, müssen Leute ein bisschen leiden. Das ist einfach, wie Witz und Humor funktioniert. Das ist der Grund, warum Sexjokes einfach nicht funktionieren. Also rein objektiv, wenn jetzt irgendwie, das ist auch ein Joke, den ich bringen werde in dem Spezialvideo, das jetzt diesen Monat kommen wird. Wenn jetzt irgendwie der Mathelehrer da vorne Zahlen dividiert und dann, oh, jetzt holen wir jetzt hier die Acht runter. Und dann, weißt du, haben sicherlich Leute schon so einen obergenialen, weißt du, vom Genie gezeichneten Jokester in der Klasse gehabt. Der dann, oh, runterholen. Und das, nein, das ist, das ist keine Pointe, das ist keine Connection. Wie gesagt, das ist kein Schmerz. Es ist, es muss keine Counterbewegung da sein, dass man drüber witzelt. Das ist einfach, oh, okay, runterholen, weil Sex, hahaha. Das ergibt null Sinn. Und genau so deswegen funktioniert nicht, wenn beispielsweise Dracula beigebracht werden muss, wie ein Smartphone handhabt. Und dann, oh, Draki, du brauchst Bluetooth. Und dann holt er einen Bluetooth zu sich. Weißt du, ein Monster, dessen blauer Zahn ist. Und ich denke mir, äh, Bluetooth, hahaha, das, what the fuck. Ähm, das sind einfach so Witze, die null funktionieren in dem Film. Ähm, zuhauf zum Teil. Aber wie gesagt, so, so Referenzen, die ein bisschen deprimierend sind, die ein bisschen degradierend sind. Das, das ist, das ist lustig. Das ist schwarzer Humor, das ist der Grund, warum es Humor gibt. Als Counterbewegung, zum Schmerz, zu, zu der Depression, die aus solchen Situationen entstehen kann. Zu all dem, was nicht so schön ist im Leben. Dazu gibt es Witz. Aber das muss auch erstmal porträtiert werden, um dann drüber lachen zu können. Deswegen, wie gesagt, ich geb dem Film eine 6 von 10. Äh, es war, wie gesagt, es war nett, es war okay. Ich werd's wahrscheinlich in meine Sammlung holen. Aber was Besonderes war das nicht. Also, wie gesagt, das ist alles, was ich Leuten soweit mal geben kann. Das ist alles, was ich Leute soweit mal geben kann.